Gestern habe ich eine Nachricht im Internet gelesen und die war wirklich sehr amüsant und da dachte ich mir, da müssen wir definitiv auch hier auf meinem Kanal darüber reden und ich möchte euch natürlich auch darüber informieren, falls ihr diese Nachricht noch nicht gelesen habt. Der Hollywood Reporter schrieb gestern exklusiv, dass niemand Geringeres als Chuck Norris himself und auch Vanilla Ice sowie Sophie Monk im kommenden Zombiestreifen Zombieplane mit dabei sein werden. Dabei handelt es sich um eine Zombie-Komödie, die so ein bisschen die 90er Jahre wieder aufleben lassen möchte und es soll auch noch ein paar Songs von Vanilla Ice dazu geben. Er hatte ja schon mit Cool as Ice sein Langspielfilm-Debüt gefeiert, ist da aber nicht so ganz durchgestartet und hat dann die Schauspielkarriere nicht ganz an den Nagel gehängt, war dann immer wieder in kleinen Cameo-Auftritten zu sehen in diversen Filmen und startete zuletzt mit einer Heimwerker-Sendung hier richtig durch in den USA. Er soll in Zombieplane einen Agenten spielen, der sich gegen eine Zombie-Apokalypse stemmen soll im Auftrag der Regierung. Er wurde ausgebildet vom Commander Chuck Norris. Das klingt schon so bescheuert, dass es einfach nur geil ist. Chuck Norris hat sich ja seit 2017 größtenteils zurückgezogen aus dem Schauspielgeschäft. Damals stand er seiner Frau an der Seite, als diese schwer erkrankt ist. Da gab es ein paar Probleme mit einem Kontrastmittel wegen einer MRT-Untersuchung. Da gab es wirklich sehr üble Nebenwirkungen. Sie konnte sich gar nicht mehr selbst versorgen, war bettliegrig. Und er saß dann an ihrer Seite am Bett, hat sie gesund gepflegt. Über Monate lang hat ihr etliche Bücher vorgelesen. Und als sie dann wieder genesen war, haben sie dann auch ein paar Pharma-Unternehmen verklagt. Über 10 Millionen Dollar wollten sie hier haben, um auch so die Aufmerksamkeit auf diese Nebenwirkungen von Kontrastmitteln zu lenken. Und da das Bewusstsein der Leute auch ein bisschen mehr zu schärfen, dass sie da auch etwas vorsichtiger sind. Und seitdem war er immer wieder dann auch in kleineren Nebenrollen zu sehen. Und soll jetzt, wie gesagt, auch hier in Zombieplane mit dabei sein. Mit dabei ist, wie anfangs erwähnt, auch Sophie Monk. Die werden die meisten Leute kennen aus dem Spoof-Film The Date Movie. Da hat sie ja einen legendären Auftritt hingelegt. War eigentlich das Beste noch an dem ganzen Film. Und auch sie hatte noch ein paar Auftritte in ein paar weiteren Filmen. Auch ein paar Adam Sandler Filmen. Hatte nie die große Schauspielkarriere hingelegt. Ist nebenbei auch Model gewesen. Oder eigentlich war sie Model und Sängerin. Und nebenbei Schauspielerin. Um das Ganze hier so richtig einzuordnen. Aber auch sie ist hier mit dabei. Und blickt man mal zurück auf ihren Auftritt von The Date Movie. Dann macht das Ganze schon so richtig Appetit. Zombieplane ist hier Anfang des Jahres abgedreht worden. In Australien mit Unterstützung von Screen Australia. Und jetzt geht es daran, die Rechte international zu verkaufen. Da wird demnächst hier beim American Film Market eben hier der internationale Verkauf starten. Und wir dürfen gespannt sein, wer sich die Rechte für diesen tollen Streifen sichert. Denn den Film, den mag ich unbedingt sehen. Allein schon wegen Chuck Norris, wegen Vanilla Ice, wegen Sophie Monk. Und weil es eben ein Film ist, der die 90er Jahre wieder aufleben lassen möchte. Und ich als Kind der 80er und 90er Jahre bin für sowas natürlich immer offen. Und gerade solche Filme wie Zombieplane oder auch wie vorhin erwähnt, Chuck Nedo, die mit ihrem totalen Trash-Faktor und auch den einzelnen Cameo-Auftritten eben Freude versprühen, Unterhaltung versprühen. Die sind so scheiße, dass sie wieder gut sind. Die Stars haben da auch einfach Spaß dran und reflektieren ihre Karriere da auch immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Das finde ich gut, dass die sich da nicht für so einen Spaß zu schade sind. Und deswegen freut es mich hier, eben diese drei Stars wiederzusehen und hoffe, dass wir den Film auch bei uns in Deutschland dann zu Gesicht bekommen werden. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr von dieser News und auch von diesem Film haltet. Würdet ihr euch diesen Film angucken oder sagt, ja, boah, bleibt mir bloß weg mit der Scheiße. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus.